Mein Name ist Frank Demmler. Ich bin Gründer der Fexcom GmbH. Die Fexcom GmbH gibt es mittlerweile seit 25 Jahren und ist spezialisiert auf dem Vertrieb von Telekommunikationsprodukten, sowohl im Privatkunden als auch im Geschäftskundenbereich. Für unsere Privatkunden sind wir in derzeit ca. 160 Mobilfunk-Shops deutschlandweit erreichbar und unsere Geschäftskunden betreuen wir über einen eigenen Außendienstvertrieb, ebenfalls bundesweit. Unsere Vision wird es sein, in den nächsten Jahren Künstliche Intelligenz in Digitalisierungsprodukte zu bauen und in ganz Deutschland zu vertreiben aus dem Wirtschaftsraum Leipzig heraus. Ich muss schon sagen, Leipzig ist doch eine sehr coole Stadt und grundsätzlich ist genau das eigentlich auch das richtige Wort oder der Schlüssel zum Erfolg für uns gewesen. Wir sind ein extrem stark expandierendes Unternehmen. Wir sind also darauf angewiesen, doch innerhalb kürzester Zeit viele junge Mitarbeiter, innovative Mitarbeiter für uns gewinnen zu können. Und speziell für das Thema Digitalisierung ist es für uns halt wichtig, auch auf eine junge dynamische Stadt zu stoßen oder dass wir unsere Zentrale in einer jungen dynamischen Stadt haben, um natürlich den Mitarbeiterbedarf abdecken zu können. Vielen Dank.